Eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle ist das Eisbergmodell. Es wurde erstmals von Ernest Hemingway in den 1930er Jahren als Metapher für seinen literarischen Stil bekannt und Hemingway war der Meinung, dass ein Autor nicht alle Details seiner Hauptfigur erzählen müsse, sondern 20 Prozent eben reichen würden. Und da sich das Eisbergmodell am Pareto-Prinzip, also der 80-20-Regel anlehnt, wurde es später auch Sigmund Freud zugesprochen. Freud hat allerdings in seinen Arbeiten niemals das Wort Eisberg verwendet. Das Eisbergmodell, welches wir als solches kennen, beschreibt aber sehr gut, was Freud mit seiner Arbeit über die drei Instanzen der Psyche meinte. Bei einem Eisberg ist ja nur ein kleiner Teil sichtbar, der Rest ist unter Wasser und überträgt man dieses Modell auf die zwischenmenschliche Kommunikation, entsteht folgendes Bild. Die oberen 20 Prozent sind Aussagen, also Informationen, die uns unser Gesprächspartner mitteilt. Gefühle, Wünsche, Fakten, also alles Informationen. Die restlichen 80 Prozent sind nicht sichtbar und teilen sich in unbewusst und vorbewusst auf. Vorbewusst sind Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel Ängste, verdrängte Konflikte, Sicherheit, Unsicherheit, Vertrauen, Misstrauen und so weiter. Und die betroffene Person handelt aufgrund von gemachten Erfahrungen. Hat jemand zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht und teilt uns das zunächst nicht mit, also offensichtlich nicht mit, wissen wir das ja nicht. Deswegen ist es wichtig bei einer Kommunikation auch und besonders auf die Dinge zu achten, die nicht offensichtlich sind. Ansonsten verläuft die Kommunikation missverständlich. Als unbewusst gelten Dinge, also traumatische Erlebnisse, Instinkte, Erbanlagen und Triebe. Oft sind diese Dinge, die der Betroffene unbewusst in sich trägt und gar nicht weiß. Paul Watzlawick hat die 20 Prozent, die sichtbar sind als Sachebene und die 80 Prozent unsichtbarer Anteil als Beziehungsebene bezeichnet. Möchtest du das ganz einfach und verständlich haben, dann merke dir gern auch meine Zuordnung. 20 Prozent sichtbar sind gleich die Informationen. 80 Prozent unsichtbar sind gleich die Emotionen. Merke dir, Emotion schlägt immer Informationen. Es ist also viel, viel wichtiger, wie die Emotion ist, als die dahinterstehende Information. Wenn du mit jemandem kommunizierst, achte auch immer auf deine Emotionen und auch auf die Emotionen deines Gesprächspartners. Denn vor allem die Worte, die nicht gesagt werden, die sind interessant. In diesem Sinne, allzeit gute Unterhaltung, dein Uwe.